Musik 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 Heute tätowiere ich den Dennis. Wir machen ein ganz cooles mit Kippen-Fahrer Iron Man. Da freu ich mich schon mega drauf. Der Dennis wird eigentlich sonst mal von Chris tätowiert. Man hat sich ja jetzt einmal überlegt, der will schon einmal ein richtiges Tattoo haben. Und ist dann deswegen zu mir gekommen. Der wollte auch was anderes außer Kunst haben. Der Dennis verkauft sich. Aber hochpreisig. Der Dennis wollte eigentlich mal was richtig geiles haben. Der Dennis ist sein Abend, sorry. Ich habe auch einen Iron Man, der immer noch entfernt ist. Bist du deswegen so beleidigt? Ja, ja. Und behandelst du mich als Kunden so schlecht? Ja, ich freue mich noch mal. Ich mache jetzt mal ein fertig. Ja, aber vielleicht ist deiner nicht so gut geworden. Doch, es ist aber auch noch ein Sektchen. Das ist halt ein kleiner Genie. Der Bein kann tätowieren, ne? Ja. Ja, der möchte auch immer, dass er folgt. Aber irgendwie fängt er das nicht aus. Nee. Gut, lieber dein Sohn, der Erdart. Die ganze Zeit. Der zankt. Der zankt. Aber sowas wollen. Was macht denn der Christa? Ich mache ganz viel Pink. Ja. Magst du Pink? Ja. Ich kaffe alles in Pink. Ja, das Pink ist immer gut. Ach, macht ihr wirklich schwarz, oder? Nee. Pink. Painted black. Painted black. Aber nur bei der Zeitung. Was möchtest du denn 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 denn? Ja, der Lenk. Oder der Pool? Lasst dir vor den Summertanz bitte. Ja, mein Scheiß. Ja. Schade. 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 Ich hoffe, dein Kunde weiß, was du gleich für den Lolli zahlen musst. Das wird so gut. Das wird so gut. Boah, Schatz, wirklich sein Knoblauch gestankt. Das ist einfach so... Hör auf, gib zu. Ach, 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 ach. Ach, 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 ach. Ach, 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 ach. So würdest du was essen vom Pannenstraft. Aber echt. Das ist einfach. Die ist einfach, die sind nicht so gut. Ach, 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 ach. Ich meine, ich habe eine A46. Reifenbauer, eine A46. Reifenbauer, eine A46. Reifenbauer. Auf der Rosegallstraße oder sowas. Nein, nein. Die ist einfach so gut. Ach, 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 ach. Das ist ein Gassenluch. Du, scha, du. Guck mal. Ne, wie heißt das? Seidenbacher. Seidenbacher-Müsli. Boah, diese Werbung, ne. Die wäre bei 100, der muss direkt tot umfahren. Aber echt, ey. Seidenbacher. Findest du's mal auf, von deinem Kloploch hier gegen mich zu pusten? Das ist ja abartig, ey. Ich finde, Seidenbacher hört sich an wie ein Seitenbeam. Schwein. Ausgestorben. Seidenbacher. Seidenbacher. Ja, guck mal. Hey. Was? Aua. Boah, ekelhaft. Boah, echt. Boah, echt. Was ist nur mit deinen Augen? Mit dem Auge? Sometimes I feel it'll be black. Boah, Alter. Das riecht aber gut, Leute. Leckeres aus dem Pfandschrat. los. Yes, wir irritacken. Vielen Dank. 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 Hallo. Hallo. Was macht ihr heute? Tatsen. Super lustig. Ja. Wir machen schon mal ein bisschen was auch, ne? Wer haben wir dran zu raten? Bandala! Bandala! Ja? Okay, cool. Alles klar, Simone. Wunderbar! Dann bis die Tage, ja? Okay, tschüss! Ciao! Machst du ein Video? Na groß! Ganz ehrlich? Entschuldigung! Passion, aber Leidenschaft! Passion! Zeig mir Leidenschaft! Zeig mir! Zeig mir Leidenschaft! Warte! Dafür muss ich weiter rausgehen! Und go! Alter, als wäre ich auf deren Konzert gewesen! Ja, mega gut! Komm hier! Super gut! Angelina, schneid doch nicht immer Grimassen, wenn du im Bild bist! Das musst du doch gar nicht! Guck mal, alles heute gemacht! Scheiß hast du! Haben wir ja Denise, oder? Alles heute! Vielleicht der Degu! Alles heute! Ich glaube nicht mehr, dass sie dann in der Lage wäre zu nicken! Guck mal! Guck mal! Guck mal! Guck mal! Der ist heute Abend, wenn wir mit der Deguhr ein, und das gleich Video haben! Guck mal! Guck mal! Ja! Der Markus nickt! Ja, dann packe ich das jetzt gleich, der Markus nickt, dann packe ich das jetzt gleich aus und dann kannst du reinkommen. Kommst du dann gleich noch? Heute, heute? Warte, warte, Moment. Ne, Markus macht Kopfschütteln, nein. Ne, doch nicht mehr. Schaffst du es morgen? Absolut. Weiß ich nicht. Ich überfolge einfach nur den Rat meines Chefs. Also kommst du dann morgen mal? Ja, wo ist denn? Wo ist denn dann? Er hat keine Creme. Das ist das Problem. Ne, sag da, haut nicht hin. Dann morgen, ab 12, darfst du direkt reinkommen. Okay, bis morgen. Tschüss. Nicht jung oder nicht liebe? Ja, auf der dritt还. Das ist ja schon geschlafen, dein." Undi, das ist ja schon vorgeschlagen. Ja, kein Ahm. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020